Oh, oh yes, yes! Oh, oh, oh Gott! ok also ist schon aktiviert wir haben zwitten part den und wir haben die zweite frauen statur erfolgreich aktiviert katzen statuen fehlen das noch zwei haben wir schon wo krieg ich jetzt das dritte ding her ich brauche nach auge wenn ich dahin will den habe ich gekriegt in habe ich besorgt und jetzt werde ich dort zu machen es gibt ja komisch jetzt die fläche tritte hier gibt es ja noch höhen und sowas oder ich habe es nicht ich habe es nicht ich habe es nicht aber es ist das ist ich habe es nicht die du 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 Okay, gut, wir haben schon mal den fünften. Eins fehlt noch. Ich habe kein Rubin-Drachenauge mehr. Aber was sagte Tulao noch? Ach ja, geh ins Rattenlager. Ist das gut möglich? Gucken wir mal. Mal kurz, speichern, nicht vergessen. Ciao! Nein, das Schraden. Das ist da ein Stück höher als das, wo ich jetzt drauf bin, da muss ich mal sagen. Ich bin doch gleich groß. Das ist mal fast so, wo ich jetzt. Ich bin doch gar nicht so, wo ich jetzt drauf bin. Ich bin doch gar nicht so, wo ich jetzt drauf bin. Ich bin doch gar nicht so, wo ich jetzt drauf bin. Oh, meine Fretze. Ich habe die Truhe übersehen. Okay. Ich bin doch gar nicht so, wo ich jetzt drauf bin. Tschau! Hä? Scheiße. Naja, naja. Ne, ne, hier. So, speichern. Okay. Und dann können wir gleich die Abkürzung nehmen. Ah, Sack, was? Warte mal, warte mal. So. Warte, junger Krieger. Tulao. Ich danke dir im Namen aller Hasen. Du hast uns wirklich gerettet. Jetzt sind die Wälder wieder sicher und wir müssen uns nicht länger verbrechen. Wir hoffen, dass es dir gelingt und dir der Drache helfen kann, Tuck zu finden. Keine Sorge, Jungs. Ich mach mich jetzt besser auf die Jagd nach Tuck, bevor seine Spuren verblassen. Macht's gut. Ja, ne, ist klar. Okay. 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 Ich habe jetzt eine Dämonenflasche. Ich werde mehrmals tiefer in die Höhle des Drachen vordringen, aber er hat mich stets aufgehalten. Man muss sehr schnell und aufmerksam sein und an seinen Feuerbällen vorbeizukommen. Wenn ein Feuerball mit Holz in Berührung kommt, bleibt ihr nur noch ein Haufen Asche. Ich spreche meine Expedition jetzt ab und hinterlasse dies hier für Warnung. Okay. Klingt interessant. Bin ich Fan von. Was ist das denn? Noch so eine verdammte Ratte? Dir werde ich zeigen, du stuppiger Kleiner. Warte, ich bin keine Ratte. Ich bin eine Katte. Genau. Und ich bin eine Schlange mit Drusenleiden. Schluckfeuer, Ratte. Ist das dein scheiß Ernst? Der Akzent? Ist das dein scheiß Ernst? Warum hat er so einen Akzent? Das ist doch total dumm. Unbegreiflich. 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 Nur ein humble Grân. Wieso Deadline, Drachen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das denn? Wo bin ich denn hier am Arsch? Was ist das denn? Warte, ich hab Licht gefunden. Ach so, da kriegst du von alleine. Das oder so geil? Das ist ja geil. Du bist ja nicht so gut. Ich hab Licht gefunden. Jangan! Jangan! Ich kann nicht mehr in der Lage sein. Ich hab dich alles aufgerufen! Ich bin ich! Ihr tut! Es wird passiert. Ich bin ich! Ich bin ich! Ich bin das hier. Ah, ok. Ne, warte mal, da geh ich zurück. Ich muss hier lang. Ne, scheiß, das war schon der richtige Weg. So, gehen wir mal hier, oder? Ah, verdammt. Ich bin aus dem Spiel geflogen, nice. Warum hat der Typ so einen Akzent? Oh, fuck. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich stehe, Nice. Willst du mich verarschen, dass das Ding lenkt? Hm. Hm. Oh, ist das denn ernst, oder? Ich kann doch gar nicht tauchen. Hm. Ich kann doch gar nicht tauchen. Aber kann das wirklich sein, dass die Zwischstattern dort unten sind? Ah, wir lesen uns mal hier, was hier steht. Und da ist das, was hier steht. Wie ist das denn? Ich kann doch gar nicht tauchen. 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 ok hier in der nähe ist eine katzenstatue das bedeutet müssen ok die tun wir schon mal nichts ok ok kutsch ah ja wotest mal ok Boah, bestimmt ne Bombe oder so. Ah, verstehe, wenn ich springe. Ist das in der anderen Richtung? Oh, cool, spaschen. Was? Ja, ne, ist klar. Ne, oben geht's weiter. Okay, da geh ich mal runter. Und such mal der anderen Richtung. Okay, da geh mal runter. Nein, oder? Nichts. Na los, kleine Katze, schwimmt meine kleine Katze. Na, ich muss hier zurück. Ein neues Schwert. Na, muss ich daran, das Ding liegt bescheidig nicht gleich hier. Das wäre zu geil. Aus dem Schwert bin ich natürlich scharf, richtig scharf, richtig heiß. Oh, da ist noch eine Kiste. Das muss ich bloß mal herausfinden, wo der Scheiß ist. So, unten haben wir gesehen, da ist ein Gitter, aber dahinter ist eine Truhe. So, wer weiß, wer weiß. Mal schauen. Das ist so verrückt, ey, das ist der Wahnsinn. Das ist so dumm. Oh, wer ist mich vor... Oh, Alter. Alter. Okay. Mal kurz der Lagertpeil. Was? Alter. Uuh, krasser Typ, Alter. Krasser Typ. Du kannst nichts anderes sagen... Hat er das Ding eiskalt gerockt. Jetzt fühl ich mich mittel gehypt. Sieh doch mal, Spitzohr. Ich bin eine Katze, keine Ratte. Was? Oh, Junge, tut mir leid. Dachte, du wärst eine Ratte. Ja, jetzt ist das Licht besser. Wie ich sehe, bist du wirklich keine Ratte. Du bist doch der Bursche, der gegen diese Borax gekämpft hat, oder? Gut gekämpft, wirklich. Ist bloß gutes Training. Ich suche Tuck. Hast du ihn gesehen? Gesehen? Habe ich ihn fast geräuchert. Ist mir hierhin gefolgt, dieser stinkende Abschaum. Ha, du sagst es. Sie haben solche Transformations-Ammulette, weißt du? Verwandeln sanfte Lasttiere in eine tierische Last. Große, schreckliche Monster, das sind sie. Mit solchen Typen sollte man kein Spiel treiben. Okay, aber damit wird Tuck nicht durchkommen. Nicht so lange dieser Katzenkrieger noch Luft holt. Sei vorsichtig, Freund. Viele Türe haben sich auf Tacks Seite geschlagen. Und Tuck bedient sich der Alchemie. Na klar, ich passe auf. Und kannst du dich bitte um die Hasen kümmern? Darauf kannst du dich verlassen, mein pelziger Partner. Danke. Bis dann. Okay. Okay. Nice. Niedriges Schwert. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Warte mal, na, 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 na. Okay, hinter mir, da hinten geht es raus. Aber da war doch noch eine Kiste. Unten. Die mit dem Gitter versperrt war. Dieser Akzent von den Drachen, ey, das ist ja der Wahnsinn. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Hinterhof des Drachen, okay. 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 Ja gut, in den nächsten Parts, würde ich sagen, geht es weiter von die Legende von Kay. Okay. Mit so einem kämpf ich gerade zum Maddavent Cat. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht uns sinnvoll. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinerer Bauern. Yay. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinerer Bauern. 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 Und bis zum nächsten Mal. 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 Und bis zum nächsten Mal.